Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, dem 1. Februar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 556. Und ja, wir befinden uns schon im zweiten Monat dieses Jahres. Ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. In One Mobile Go, Switch, Catch a Car, Huawei, Qualcomm, iRobot, Terra, Gold, Google Plus und Google. Ja, es sind einige Themen, aber ich denke, ich komme einigermassen zügig durch das Ganze durch. Die Swisscom hat dem Mutterhaus das neue Angebot ausgerollt mit seinen Abos, die man lösen kann. Das Ganze beginnt bei 60 Währungseinheiten, wenn man jugendlich ist oder 80 Währungseinheiten, wenn man älter ist als jugendlich. Und hat damit nicht nur unbegrenztes Telefonieren und SMS versenden, sowie Daten in der Schweiz. Und zwar bis und mit 100 Bunde zum Verpulvern. Es gibt auch zusätzlich kein Roaming mehr in Europa. Und das kein Roaming mehr in Europa muss man in Anfangs- und Schlusszeichen setzen. Denn, ja, was soll ich sagen, pro Monat gibt es 40 GB. Also ich denke, das könnte man schaffen, nicht zu knacken. Jeden Monat des Jahres im Ausland. Auf jeden Fall spannende Angebote, vor allem für Leute, die bis jetzt deutlich mehr bezahlt haben. 100 ist so das Durchschnittsabo bei der Swisscom. 180 war das, was ich jahrelang und viele, viele Jahre lang gezahlt habe. Alternativen gibt es natürlich mittelwellen auch. Unter anderem auch aus dem eigenen Haus mit zum Beispiel Wingo, wo man im ersten Jahr, ich glaube, das Angebot gilt noch zwei, drei Tage, im ersten Jahr 25 Franken bezahlt. Und das unendlich, unbegrenzt. Aber ja, ich gehe jetzt zum nächsten Thema über. Ich habe viel zu lange über das Ganze gequatscht. Schaut euch das Ganze an, wenn ihr drin seid, wenn es für euch interessant ist. Ansonsten, wie gesagt, es gibt günstigere Alternativen, aber mit weniger inklusive, logischerweise. Switch verkauft Domain Provider Switch Plus nach Belgien. Vor circa drei, ja mittlerweile vier Jahren, hat das BACOM, das Bundesamt für Kommunikation, der Switch gesplittet, weil sie jetzt meinen, die .ch-Domains verwaltet haben, aber auch solche verkauft haben. Das Ganze wurde aufgesplittet. Nun wurde der Teil, der es ums Verkauf geht, ausgegliedert, sprich verkauft in Richtung Belgien. Für alle Kunden, die da Domains besitzen, die auch andere Top-Level-Domains betreffen, sollten sich unbedingt mal da reinschauen und ein bisschen schlau machen. Denn gewisse laufen einfach aus und ihr könntet das Ganze dann verlieren. Logischerweise wird man als Kunde informiert, aber wenn man das nicht so aktiv verfolgt, könnte man da was verlieren. Heisst aber auch, dass in den nächsten Tagen dann sicherlich das grosse Domainshopping in der Schweiz losgeht, wenn dann gewisse Domains plötzlich frei werden. In der Schweiz ist beim Thema Car-Sharing Mobility führend. Vor circa ein, zwei Jahren kam dann in Basel und später auch in Genf eine Firma auf, die Catch-a-Car heisst und unter anderem eben auch E-Mobilität anbietet, womit man mit Fahrzeugen nicht von einem fixen Standort und wieder zurückfahren musste, sondern einfach von A nach B fahren konnte, wie man lustig war und Freude daran hatte. Das Ganze hat anscheinend nicht so funktioniert, dass es eigenständig überleben konnte und wurde deshalb aufgekauft. Gleichzeitig wurde ein bisschen getauscht, denn Anteile von Charu gingen dann an eigener über wieder zurück. Wie genau das passiert ist, wer jetzt wo investiert ist, warum die Migros da mitmacht, die Mobility, die Mobiliar und so weiter, das könnt ihr euch im Beitrag, den wir auf daily.geektalk.ch verlinkt haben, nachlesen für all diejenigen, die es interessiert. Jetzt wird es immer deutlicher, Huawei hat es ja schon angekündigt, jetzt gibt es aber Rendering-Bilder vom faltbaren Smartphone, welches Huawei ziemlich sicher an Mobile World Congress in Basel, hätte ich jetzt fast gesagt, in Barcelona vorstellen wird, Ende diesen Monats. Wir dürfen gespannt sein, optisch, wenn das Ganze so ausschaut wie auf den Rendern-Bildern, dann schaut das schon mal deutlich anders aus als andere Modelle, die so rumkurven in diesem Internet. Ich bin sehr gespannt. Noch mehr gespannt bin ich darauf, wieso ich sowas brauchen sollte. Apple hat einen weiteren Teilerfolg feiern können gegenüber Qualcomm. In München, Deutschland geht ja das Ganze auch vor Gericht, nicht nur in den Staaten, hat man vier weitere Patentklagen abwehren können. Genauer gesagt, der Richter, der das Ganze angeschaut hat, hat gesagt, dass das nicht verhebt und somit nicht weitere Gründe sind, die dafür sprechen. Heisst aber nicht, dass das Ganze vom Tisch ist, denn es sind nach wie vor vier Punkte oder Anklagepunkte, die noch zu besprechen sind und schlussendlich dann zu prozessieren, wenn man sich nicht irgendwie auf irgendeine Art einigen kann. Das Verkaufsverbot direkt bei Apple und online bei Apple bleibt bestehen. Bei fremden Firmen kann man es nach wie vor kaufen, also fremden Firmen zertifizierten Apple-Partner logischerweise. iRobot, die Firma, die eigentlich bekannt ist, bei den meisten wahrscheinlich durch Staubsaugerroboter, die steigt jetzt in den Bereich der Gartenpflege ein und zwar als Rasenmäher. Ganz besonders interessant und deshalb werde ich mir das Teil anschauen. Ich hatte ja von der Tochterfirma von Ihnen schon mal einen getestet und immer noch im Einsatz, den mit App-Steuerungen und so weiter. Robo, mein Gott, ich vergesse den Namen immer wieder. Auf jeden Fall haben Sie jetzt vorgestellt ein neues Modell, das ganz speziell ist im Vergleich zu anderen Marken wie Gardena, Husqvarna oder wie man es auch immer ausspricht. Der grosse Vorteil ist, hier müsst ihr keine Kabel im Boden verbuddeln, die eure Grenze absteckt, wo der Roboter nicht mehr, wie soll ich sagen, mähen darf. Wie das Ganze funktioniert und ob das Ganze auch gut funktioniert, das würde ich mir auf dem Liebsten sehr gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Zu guter Letzt, soweit sind wir noch nicht ganz. Microsoft hat gestern schon begonnen und ihr könnt bis und mit dem 3. Februar kostenlos spielen. Games with Gold ist die Geschichte, wo ihr Microsoft jeden Monat ein bisschen Geld entgegenwerft und ihr dann Spiele spielen könnt, die es dann jeden Monat wieder neue kostenlos gibt. Es sind meistens ältere Titel, die da mit drin sind, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das Ganze abonniert hat, das Ganze auch zu nutzen. Die jeweiligen Spiele tun wir zum einen auf dem Pokipsi.ch-Blog jeweils Anfang des Monats oder Ende des letzten Monats ankündigen, was da genau kommt. Und wann das Ganze kommt, natürlich auch im Spiele-Podcast vom Geek Talk, falls ihr den noch nicht kennt, Geek Talk.ch, da im Bereich der Spiele einmal im Monat die Folge dazu. Und das macht eben Microsoft jedes Jahr ein- oder zweimal. Man kann Free Play Days, also man kann eben so eine Gold-Mitgliedschaft mal ausprobieren, mal schauen, wie das ist, wie das funktioniert. Und logischerweise ist natürlich dann die Hemmschwelle niedriger, das Ganze auch zu buchen. Nicht verkehrt. Und wer Zeit hat zum Spielen, sollte sich das mal anschauen. Ja, tschüss, Google Plus. Was habe ich da? Schön, es geht zu Ende. Microsoft, genau. Google hat ja im letzten Jahr, nachdem es noch Sicherheitslücken aufgetaucht sind und DSVGO-Geschichten nicht umgesetzt werden konnten, einen schnelleren Tod eingeläutet als eigentlich gedacht. Und das startet ab dem kommenden Montag, dem 4. Februar, beginnt zum einen die Zeit, wo man keine neuen Konten mehr erstellen kann, aber vor allem auch die Zeit, wo sie beginnen, mit den ersten Konten lahmzulegen. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Wenn ihr darunter fällt, lasst es uns wissen, wenn euer Google Plus Konto weg geht. Für all diejenigen, die die Daten noch retten möchten, im Internet gibt es von Google selber gleich eine Hilfe-Seite, ich werde die noch verlinken. Da seht ihr, wie ihr eure Daten aus Google Plus und auch aus den ganzen anderen Diensten runterladen könnt. Je nachdem, wie fleissig ihr natürlich da auf Google Plus unterwegs fahrt, geht das schneller oder weniger schnell. Ja, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ne, eine habe ich noch. Gestern habe ich euch erzählt, Facebook. Die haben ja das Zertifikat entzogen bekommen, weil sie Schindluder getrieben haben. Jetzt ist herausgekommen, dass Google das genau gleiche macht. Sie haben auch ihre Nutzer ausspioniert. Logischerweise Leute, die das in Anführungszeichen bewusst gemacht haben, wurden nicht bezahlt mit 20 US-Dollar, sondern mit Gutscheinen aus dem Hause Google. Aber mit dem genau gleichen Prinzip. Sie haben eine App installiert mit Root-Zugriff, die dann geschaut hat, was die Leute, unter anderem junge und auch ältere Menschen, halt so mit ihrem Smartphone treiben. Google hat sich entschuldigt, ihre App zurückgezogen und auch angekündigt, dass da nichts im Bereich der verschlüsselten Message-Einsicht hätte gegeben können. Ja, ich bin mal gespannt, ob Apple da jetzt auch rigoros durchgreift und denen das auch wegnimmt. Weil lustigerweise bei Facebook war es ja so, dass nicht nur eben diese Spy-App quasi betroffen war, sondern mehr. Sämtliche In-House-Apps, Mitarbeiterverwaltung und solche Geschichten, Feriengeschichten, laufen alle über das gleiche Zertifikat. Und bei Facebook laufen jetzt viele, viele Apps nicht mehr. Und da viele Leute bei Facebook mit dem iPhone unterwegs sind, ja, tut das nicht mehr ganz so. So, da bin ich mal gespannt, wie Facebook jetzt in Anführungs-Schlusszeichen zurückschlägt. So, das war es jetzt aber für heute. Genügend Nachrichten für heute und auch somit für diese Woche, denn es ist Freitag. Ab dem Montag ist der Achim wieder für euch da. Ich wünsche euch derweil ein schönes Wochenende. Geniesst den Freitag und ich freue mich, euch in zwei Wochen wieder mit News bespielen zu dürfen. In diesem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.